Ihr werdet wahnsinnig, dass eure vertikal ausgerichtete Datei in Adobe Illustrator nicht horizontal auszurichten ist. Ganz einfacher Umweg. Ihr geht auf, kurz abonnieren und dann Daumen nach oben dalassen. Und dann geht ihr hier auf das Zeichenflächenwerkzeug und dann könnt ihr hier auf der rechten Seite im Eigenschaftenpanel auf horizontale oder vertikale Ausrichtung eurer Datei springen. Anders könnt ihr auch noch über Datei neu bei Neuanlage natürlich die Ausrichtung bestimmen. Ich schließe das, ich habe hier schon die horizontale Ausrichtung geschafft oder aber Umschalt und O, also Shift-O klicken, dann springt er automatisch in das Zeichenflächenwerkzeug und dann könnt ihr hier die Änderung vornehmen. Viel Erfolg, wir sehen uns im nächsten Tutorial.